So, kann losgehen, ne? Anderthalb Jahre nicht mehr gespielt. Battlefield 2042. Willkommen bei der Blamablen-Runde. Weil ich keine Einung hab. Von den Waffen, vor allen Dingen von den Maps, die neu dazugekommen sind. Und ja. Soll ich nachher Medik spielen? Ich weiß noch nicht. Aber ich spiele auch noch gleich Russe. Wie schön. Naja. Mir schwant es so, als wenn die Ladezeiten immer doch etwas länger waren. Naja. Kann ja auch noch Kaffee trinken gehen. Oh Mann. Ich hab keine Ahnung, wo das hier ist, ne? Nur mal so. Also, Tschetschenien weiß ich, ja. Irgendwo, irgendwo in Europa. Ein Tschetschenien, ich glaube ich, äh, unten bei, äh, Georgien irgendwo muss das, glaube ich, liegen. Fragt mich jetzt aber nicht genau danach. Na, also die genauen Koordinaten gehen der Roland jetzt auch nicht. Aber irgendwo da. Ja. B, es kommt jetzt einer darauf, die Karte unten rechts zu erwähnen. Ja, ich weiß. Ja. Aber da sieht man jetzt auch nicht, wo das sein soll. Oh, ich höre Schlachtläppen. Ich glaube, es geht los. Darf ich mitmachen? Verhindert, dass die US-Truppen alle Sektoren erobern. Ja, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, ich nehme doch erstmal den Versorgungsrat. Wo, 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 wo muss ich denn einsteigen? Wo bin ich denn hier eigentlich? Hier ist alles grün und blau und keine Ahnung. Alter, was für eine Grafik. Hier muss ja noch alles geladen werden. Guck dir das mal an. Ja, das läuft doch schon mal gut. Ich brauche keinen Fallschirm öffnen. Ist das jetzt Schnee oder soll das jetzt so? Das läuft ja richtig... Ja, ich habe... Das Gelände ist da. Nee, das gibt's ja nicht. Oh Gott. Kein Visier auf der Waffe. Na, das wird ja witzig. Snipern ist nicht drin. Aber irgendwo konnte man das noch ändern. Aber fragt mich nicht hoch. Oder hinten fliegen Haufen Tote. Wie ging denn das eigentlich? Äh, wie ging das jetzt? Ah, danke. Das kriegen wir doch hin. Ja! Wehrlosen Mann erschossen. Da wäre die Spitze drin. Ich konnte ihn retten. Ich habe meinen Job gemacht. Ich glaube nicht, dass mich einer rettet, aber... Ich habe absolut keine Ahnung, was abgeht. Ich weiß auch gar nicht, wo die Frontlinie ist. Ja, wir arbeiten dran. Ach, der lebt noch. Wenn Sie nichts stoppen, wir übernehmen die amerikanischen Truppen alle Sektoren. Zwei gegen einen. Der Tunnel ist echt mutig. Wer war'n das? Unsere Kräfte attackieren Alpha 1. Nur was verdient ihr. Unsere Taktik zeigt erste Erfolge. Die feindlichen Kassen. Ja, das ist jetzt nicht gut. Ja, ich kann das noch nicht. Ich bin noch nicht... noch nicht ready. Ja. Status. Ich bin noch... Quark, das sieht... Ja, das ist schön, dass wir Ziele halten, aber so richtig vorankommen wir nicht wie man das eigentlich... das mal hinlegen. Wir haben die Kontrolle über ein Ziel übernommen. Wir haben die Kontrolle komplett eingedrückt. Ja, Mann! So geht's auch. Maschinenpistole mit Scope. Nichts ist geiler. Ja. Ich kann hier noch ganz... Ich bin hier noch ganz fasziniert. Aber wir haben zumindest noch mal ein Trait geholt. Dafür, dass ich scheiße bin, funktioniert das ja eigentlich recht gut. Ah, Glück sind alle anderen. Ja. Ja. Da kommen die erfahrenen Leute. Die renne ich natürlich jetzt erstmal rein. Also wenn ich hier mit einer ausgeglichenen Statistik spiele, dann hat sich der Gegner ganz schön blamiert. Das ist nicht selbst heilen. Sich selbst heilen. Achso, geht das. Ja, tut mir leid. Das Problem ist mir bekannt, ich arbeite dran. Die Verstärkung ist da. Ja, ich habe nichts mehr. Wo ist der Gegner? Finden wir erstmal mit dem Pappenheimern hier mit. Bitte nachladen! Leute, ich bin es vielleicht aus der Übung. Ah, ein bisschen kann ich noch. Boah, das ist jetzt echt schlecht. Das kann die Granate. Ah, okay. Hier sind ja gar keine Räume mehr. Oh, noch Granate. Auch ein paar Granate. Den haben wir noch geholt. Vielleicht kriegt er mich auch noch wieder, aber das bezweifle ich. Ich lege genau beschissen im Türrahmen. Der Medik steht dran, weißt du? Er könnte helfen. Dann werden wir zurück. Hi. Ich stehe immer noch auf diesem beschissenen Dach da oben drauf, ne? Oh, das ist auch meiner. Das muss ich nicht finden, alles klar. OS-Truppen kontrollieren Sektor Alpha. Ja, ja, wir arbeiten dran. Verbündete Kräfte unterwegs zu Alpha 1. Ich habe mich noch nicht gesehen. Das war eine Leiche. Tut mir leid, hier sieht alles so gefährlich aus. Wir kontrollieren den gesamten Sektor Bravo. Ich bin nicht sicher, dass ich nicht von mir aufhören kann. Wenn ihr nichts stoppen, wir übernehmen die amerikanischen Truppen alle Sektor. Ich bin nicht sicher, ich bin nicht sicher. Was ist nicht sicher? Die Bay und Ziel dran Du musst hier sehen, erstmal die beiden Asics einfach dranbleiben Ja Ich spiel mit Vielleicht nicht der geilste Aber immer noch dabei Mit meiner kleinen MP hier Ich bin auf dem Nahkampf gefrillt hier und hab hier die falsche Waffe im Prinzip Oh, hier fliegende Raketen hier sollten wir nicht so lange rumlaufen Wir sind zurück in die Lagerhallen Ich würd den ja gern heilen Ist nicht so clever Den kann ich nix machen Ganz oben alle Sektoren Was mit dem Selbstheilen müssen wir noch üben Ich denke mal ich brauch nur einmal draufklicken Ja Ja, gut von dem von hinten, der war gut Steht unten in seinem Scheiß Tunnel drin Steht unten in seinem Scheiß Tunnel drin Hab ich eben grad nachgeguckt Weg hier Neu von mir Neu von mir Ich hab auch gedacht Das ist eh zu spät Wir kontrollieren den Großteil des Gebietes Es ist immer noch knapp, wir können's gewinnen Aber wir müssen jetzt noch mal uns befreien hier aus der Zwangslage Ja Wir haben mein Ziel verloren Ja Kann man nicht mehr rüber Aber das mit dem Rutschen krieg ich auch nicht hin Ja Kommt noch einer ran Weißt du, es muss auch immer gleich spannend sein Immer wenn ich scheiße bin, ist es immer spannend Ich weiß auch nicht warum das immer so ist Ja Ja Jetzt verlieren wir wahrscheinlich, weil wir hier Komplett gar nicht hinterher kommen Im Kampf, im Kampf, im Kampf, im Kampf Ja, auf im Kampf zu sein Seht echt nicht gut aus Wir haben Vektor Elterkonferen eingenommen Wir müssen uns erstmal wieder zählen Wir müssen uns erstmal wieder zählen Ich stecke nicht zusammen! Halt euch! Ja Ach komm schon, ich wollte ihn grad heilen Ich hol den mal, ne Ich hol den mal, ne Ingetiere Dosis Verbündete Einheiten sichern jetzt Charlie 1 Eignet man fast übern Haufen geschossen, sehr gut Ja Alles klar, wir haben uns zehn Wir haben ein Ziel gesichert Wir haben Sektors Charlie komplett eingenommen Ganz knapp, wir führen noch Wir kontrollieren die meisten Sektoren des Schlachtfeldes Da liegt noch einer Aber Da hab ich Lack ab Ja Oh Gott! Ich muss kurz nachladen! Komm Komm, jetzt geh doch mal ran! Der ist doch... Das kann echt nicht sein, dass der das noch überlebt Wollt schon sagen Ah, der war übel Ah, der war übel Er wollte mir helfen So, aber wir sind gut dran, ne Und wenn ich über ihn noch bespauen kann Ich hab einfach zu wenig Munition drin Ja, ich hab einfach zu wenig Munition drin Amerikanische Verbände haben sich zur Delta übernommen Ne, kriegen wir hier nicht mehr Aber ich war halt nochmal da Wir müssen hier wieder ein Sturmgewehr nehmen Verhindert, dass die US-Truppen alle Sektoren erobern Und D würde ich jetzt nach E1 gehen, wenn ich D wäre Das heißt, wenn wir von hier aus ran laufen, haben wir gute Karten Attackieren jetzt Delta 1 Der war gut Der war gut Der Panzerwagen war eigentlich nicht schlecht Ah, das Ding haben sie übernommen Was hab ich denn? Ich seh hier gar nicht durch in der Statistik Elf zu sehen, na das ist noch alles halt sechsmal Akzeptabel Ich hoffe, der jetzt umgekehrt wird Ich bin da noch ran Amerikanische Truppen ziehen sich zurück Wir haben gewonnen Zweitbester Wert Dafür, dass ich scheiße war Das ist immer wieder genial Hier wird alles noch geladen Wie cool ist das denn? Hahaha Oh man Das ist aber eine Grafikkarte, das ist scheiße Ah, ich soll wieder wieder ein Sturmgewehr einpacken Zunächst mal für die nächste Zeit, damit ich dann wieder Neue Sachen dann machen kann Dann stehen wir noch eine Runde mit Ich fände eigentlich ganz akzeptabel Ich bin da Ich bin da Ich bin da